Was ist denn da los? Die Kurzfassung. Er sagt so weiter. Was? Kein Leider. Die Cops. Na, was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ja, super. Der ist schon wieder. Ich wäre jetzt für den Zenoberdorf auch antwortlich. Ich? Sag einmal. Geht's noch? Das ist eine Gewerkschaftsaktion. Kapiert? Ach so. Damit das Waffel der Super ist, oder was? Aber sicher nicht. Sicher. Sicher. Sicher nicht. Hey, sag du ihr das. Die ist bitte nicht einmal bei uns dabei gestanden in der Mauer hinten. Siehst du das? Gewerkschaftsaktion. Sicher nicht, Spatzl? Sicher schon, Spatzl. Halt sie zusammen! Alle zwei.